Musik Wie mir das Menschsein erklingt oder komponierte Präsenztransparenz Ich schenke euch eine Komposition darüber, wie mir das Menschsein erklingt. Sein Wesen vibriert im präsentischen Ton, nur jetztseits, jenseits von Mühe und Lohn, in denen der Mensch so oft um sich ringt. Präsent sein, so komponiere ich sein Wesen. Und ist er präsent, wird die Welt transparent. Die neue Sicht, sie lässt ihn genesen. Die Welt wird von ihm als Präsent gelesen, im Widerspruch zum alltäglichen Trend. Und ist er präsent und liest seine Welt als ein Präsent, trotz all ihrer Schmerzen, wird er zum Präsent unterm Sternenzelt. Die Spaltung, bedingt durch sein Ego, zerfällt. Als Präsent durchstrahlt ihn das Feuer der Herzen. Dieses Gedicht stammt aus meinem Hauptwerk Lasse los, presento Sophia, Präsent sein, ein Präsent sein. Es ist 2021 erschienen bei BOT Books on Demand. Leseproben findet man bei BOT, Thalia mit der Gesamtübersicht meiner 27 Bücher und ausführlicher bei Google Books. Ausbildung cena Na gut nachgesehen, aus dem Betam must. Das war's. Wir fragen uns nicht, Vielen Dank.